Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Minecraft Hexit! Ja, also, das mit der Baumkrone ist jetzt vielleicht auch nicht 100% richtig. Zumindest habe ich nichts mehr darüber gelesen. Ich weiß gar nicht, wo ich das her hatte eigentlich ursprünglich. Ähm, die Sache ist folgende. Das ganze Ding ist jetzt schon getriggert, sozusagen. Ich habe praktisch den Effekt ausgelöst, den Tree Capita eigentlich auslösen sollte, wenn man dann einen Teil einfach weghackt. Nämlich, dass das ganze Ding einfach kollabiert und sich praktisch in die Einzelteile auflöst. Auflöst und somit das Thema erledigt ist. Eigentlich. So. Eigentlich deswegen, also ich, wie soll ich das sagen, also das ist meine, meine Vermutung. Jetzt meine einzige, alleinige Vermutung, dass das Ding praktisch jetzt sozusagen stehen bleibt, weil meine Axt ja praktisch kaputt gegangen ist. Weil, naja, okay. Wie gesagt, jeder Block verbraucht Haltbarkeit, bla 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 bla. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt langsam nicht mehr, wie ich den am besten loswerden soll. Das Problem ist halt wirklich, das ist ein Testbaum und der muss da weg. Andererseits, er steht bedrohlich nah an meinem Gebiet dran. Also, ich habe schon überlegt, ob ich einfach Lava oben runterlaufen lasse. Aber, ob das so eine gute Idee ist. Man könnte es versuchen, aber am Ende brennt hier die ganze Bude und dann bin ich voll am Arsch. Die Frage, wo das Zeug dann runterläuft, ne? Hm. Ich meine hoch muss ich so oder so erstmal. Man könnte es ja auch sprengen. Fällt mir gerade so ein. Wie wäre es denn mit TNT? Wie läuft denn das hier? TNT. Sand, Schwarzpulver. Sand, Schwarzpulver. Okay. Können wir mal testen. Ich habe noch null Erfahrung mit Sprengstoff. Also ist das natürlich das Optimale, jetzt das gleich auszuprobieren. Wo ist das Schwarzpulver? Alter. Hier ist Schwarzpulver. Wir werden jetzt erstmal eine Zündung vornehmen. Weil ich natürlich, wie gesagt, noch gar keinen Plan von habe. So. Halt mal. Das ist Sandstein, Alter. Was will ich mit Sandstein? Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass ich den zu Sand verarbeiten kann. Falsch gedacht. Oder wie? Glatter Sandstein. Na klar. Ey. Braue ich nicht. Wo ist das aus Versehen? Was weggeschmissen? Scheiße. Gut. Dann besorgen wir es erstmal Sand. Mamma mia. Ist das kompliziert hier. Ne. Aber ich will das jetzt echt ausprobieren. Also. Ne. Man redet ja immer von alternativen Methoden. Ich weiß, dass damit eigentlich etwas ganz anderes gemeint ist. Eher so medizintechnisch mit Kräutern, Homöopathie und so weiter. Aber ich entwickle hier meine eigenen alternativen Methoden. Und wenn das normale Baumfälle nicht funktioniert, dann jagt man einfach in die Luft. Was haltet ihr davon? Also ich finde die Idee grandios. Und wie gesagt, ich habe ja noch gar nie irgendwas mit TNT gemacht. Also ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür, das einfach mal auszuprobieren. Scheiß auf alles. So. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal kurz tauchen gehen und ein bisschen Sand holen. Weil den will ich mir eigentlich noch behalten. Ach, warte mal. Ich glaube, da habe ich einmal schon mal ziemlich exzessiv nach Sand gesucht. Ich glaube, wir gehen einfach mal ein bisschen weiter weg. Wo es nicht so auffällt. Weil hier direkt an dem Flüsschen, direkt bei meiner Bude, da habe ich wie gesagt schon sehr viel geholt. Autsch. Das musste ja passieren. Ähm, da gehen wir einfach mal weiter weg. Da vorne ist ja schon das nächste Wasser. Also nicht allzu weit. Nicht so weit wie bei der Redwood-Suche, wenn ihr versteht. Aber, ähm, naja. Gehe ich jetzt mal dahin. Dann hol ich mir da den Sand. Und dann testen wir das mal. Ich hatte es nur einmal gesehen TNT, glaube ich. Da ich mit BeWarriors und noch ein paar war mal auf irgendeinem PvP-Server oder so. Haben uns hier gegenseitig versucht zu bekriegen, mehr oder weniger. Naja, ich war irgendwie weg vom Schuss. Da hatte ich noch überhaupt keine Ahnung von dem Spiel. Wusste sogar während des Spiels nachfragen, wie man die Hosen und so weiter craftet. Weil auch das wusste ich nicht mehr. Oder noch nicht besser gesagt. Nicht mehr ist der falsche Ausdruck dafür. Ähm, ja. Ja, also könnt ihr euch vorstellen, wie erfolgreich das Unterfangen bei mir war. Epic war das, sag ich euch. Ne, aber, äh, da haben sie es auf jeden Fall benutzt. Da haben sie massive Explosionen gemacht. Und, ähm, das Lustige war, es war dann ausgemacht, man stellt sich in die Mitte von der Map und dann zünden alle ihr TNT und der, der am Schluss noch lebt, der hat gewonnen. Äh, ich hab mich da heldenmutig in irgendeinem Boden eingegraben oder so oder bin in eine Höhle rein, ich weiß es schon gar nicht mehr, oder in eine Mine. Hab mich da immer weiter reingebuddelt und ich hab dann am Schluss überlebt. Somit, äh, obwohl ich eigentlich der schlechteste Spieler war von allen, hab ich am Schluss gewonnen, weil ich war der Letzte, der noch gelebt hat. Gut, ich hab mich nicht ganz an die Regeln gehalten, geb ich ehrlich zu. Wie gesagt, es hießen alle in die Mitte, vielleicht mit Glück überlebt einer und der hat dann gewonnen. Äh, ich hab das Glück ein bisschen erzwungen dann und hab's dann halt überlebt. Aber, Alter, das ist ja schon, ich kann's dir gar nicht sagen, ey, das ist das, das muss ja mindestens schon, also ein halbes bis dreiviertel Jahr ist das, glaub ich, her. Oder, irgendwann ganz am Anfang, als ich mal irgendwann sagte, jo, ich guck mir mal Minecraft an, weil es könnte ja lustig sein und eventuell brauch ich das irgendwann mal auf meinem Kanal, weil, keine Ahnung. Weil, weil Minecraft halt. Oder so. Naja, egal, auf jeden Fall ist es schon lange her und ich hab selber nie die Möglichkeit gehabt, TNT selber zu testen. Somit steht das auch noch aus auf meiner tollen Liste von den vielen Dingen, die noch getan werden wollen. Und, äh, dann machen wir das jetzt einfach, wenn ich's hinkrieg, wohlgemerkt. Wenn ich's hinkrieg. Will's erstmal eins bauen, damit ich's mal testen kann, das werd ich dann einfach mal irgendwo in der Pampa sprengen. Und danach geh ich nochmal zurück und hol noch mehr Sand, weil, also ich glaub nicht, dass da eine Ladung, äh, TNT reicht, um das ganze Ding wegzufetzen. So extrem gut ist der Sprengradius dann auch wieder nicht mehr. Deswegen müssen wir uns das jetzt mal anschauen. Boah, es ist schon wieder so eklig warm hier. Also ich weiß noch nicht, wie ihr zum Sommer steht. Also ich find ja den Sommer an sich echt cool. Aber, äh, ich finde so bei 27 Grad könnt's auch wieder aufhören. Also alles, was drüber geht, ist einfach nur eklig und unnötig. Ähm, und, ja. Es ist so, hm. Unsere Sommer sind einfach ziemlich krass geworden, ne? Also wirklich, äh, aggressive Sonne. Ich hab heute schon, oder ich hab schon mich mit Kollegen unterhalten, mit, mit Leuten, äh, die halt seit in den letzten Jahren massiv mehr Ausschläge oder Sonnenallergien entwickelt haben. Das ist schon ein gefährlicher Trend, der sich da entwickelt bei der Sonne. Und, äh, ich bin echt gespannt, wo das mal noch hinführt. Wär auch mal ein interessantes Thema, wo wir mal etwas länger drüber reden könnten. Ähm, aber das war jetzt einfach nur mal so eine Randbemerkung, weil, äh, bläh, ist mir heiß, ey. Pui, pui, pui. So, wie krieg ich jetzt da... Ah, ja. Also so, wie ich es gemacht habe, nur andersrum. Herzlichen Glückwunsch. Pui, pui. Pui, pui. 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 steht für Test. Glaube ich zumindest. So, dann haben wir hier mal unser kleines Feuerwerkchen da. Wo zünde ich? Das ist einigermaßen kontrolliert. Okay. Springs und TNT und kontrolliert. Ich glaube, das kann man gar nicht in einem Satz verwenden. Aber hey, man kann es ja mal versuchen, ne? Also gut. Aber ich gehe trotzdem ein bisschen weg. Ich habe da schon ein bisschen Respekt vor dem Zeug hier, ne? Wir können ja einfach mal hier eins von den Bäumchen hier wegspringen. Ich stelle das einfach mal da hin. Ja, wie läuft das jetzt? Brauchen wir noch eine Zündstuhe oder was? Entzünder. Was ist denn ein Entzünder? Ja, wie geht das jetzt? Draufschießen? Geht nicht. Alter, jetzt sag ich nicht. Ich weiß nicht, wie man TNT zündet. Hallo? Könnte man das denn noch nennen? Lunte? Ne. Ja, wie zünd' ich das jetzt? Was ist das hier? Juhu! Würdest du vielleicht? Moa, alter. Jetzt gehe ich schon in die Luft. Ja gut, war ja klar, dass man das nicht einfach irgendwo hinstellt und dann passiert nix. Aber ich hatte jetzt gedacht, echt, wenn ich jetzt von weiter mit Rechtsklick draufklicke, dass es dann hochgeht. Okay. Nicht wie geplant. Ja, was könnte ich denn da noch machen, ey? Sprengen? Ne. TNT? Da gibt's nur das eine. Lunte? Auch nicht. Zünder? Auch nicht. Zünder? Ähm. Jo. Okay, cool. Oder muss ich das vielleicht von hier erstmal anzünden? Ah! Wie machen das? Darauf rumhopst du, ist auch nicht so ne coole Idee, oder? Wie zündet man hier TNT? Alter. Ist dein TNT in der Hand und kannst dich zünden? Was ist das für ne Scheiße? Hallo? Ja gut, man könnte sich ja mal informieren, ne? Ob die Fackel daneben irgendwas bewirkt? Ne. Nicht wirklich. Ja, das war dann wohl mal der klassische Fehlzünder. Ähm. Ja. Ja, drauf geschissen. Okay. Gut, dann lass ich's halt sein für heute. Dann lese ich mal bis zum nächsten Mal den Guide durch. Verdammte Scheiße. Wie das mit dem TNT geht. Ich dachte echt, das wäre einfacher. Aber gut, okay. Da gibt's wohl ne kleine Mechanik, die ich übersehe oder nicht verstehe. Müssen wir schauen. Auf jeden Fall hab ich jetzt ne lustige Idee gefunden, äh, den Baum loszuwerden, wenn's denn klappt. Ähm. Müssen wir halt mal schauen, wie ich das umsetze. Für dieses Mal war's das auf jeden Fall. Für dieses Mal war's das auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen, Freunde. Über Kommentare würde ich mich natürlich freuen, auch wenn ich niemals hinterherkomme, gefühlt, äh, mit dem schriftlichen Beantworten, aber ich tue mein Möglichstes. Und ich lese mir die Kommentare ja trotzdem auf alle Fälle durch. Es ist ja nicht so, dass wenn ich nur nicht drauf antworte, dass ich sie dann auch nicht gelesen hab, automatisch. Nein. Das heißt einfach nur, äh, ja, keine Ahnung, was es heißt. Keine Zeit zum Schreiben oder so. Aber zum Lesen hab ich immer Zeit. Und, äh, ich kann's ja dann auch ansprechen in den Videos. Finden wahrscheinlich einige sogar eh besser als die schriftlichen Kommentare. Aber ich wollte immer alles beides machen. Na, zum einen beantworten schriftlich. Damit auch nochmal jeder wirklich das Gefühl hat, jaha, ich lese das wirklich. Aber das Mündliche halt, wo sich dann einer vielleicht im Moment, wo er das hört, denkt, yeah, hat er mich gedacht, er hat's gelesen, danke, danke, oder so ähnlich. Ich hab euch zu danken, Leute. Sag ich nur nochmal wieder. Aber, heute danke ich ab. Ha, lustiges Wortspiel, ne? Ne, so lustig war der gar nicht. Äh, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute, macht's gut. Und Sayonara.